Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lesenswertquartett hier aus dem E-Werk in Baden-Baden. Pandemiebedingt leider noch ohne Publikum. Zu den festen Mitgliedern unseres Quartetts gehört Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin, Ijoma Mangold, Kulturkorrespondent im Feuilleton der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Und als Gast darf ich ganz besonders herzlich begrüßen Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins und eine Autorin, deren Scharfsinn und Intellekt mich begeistert von sehr verkaufsträchtigen Sachbüchern, zum Beispiel Die potente Frau und zuletzt Sensibel. Beginnen wir mit dem Thema der Stunde, darf man sagen, die Absage der Leipziger Buchmesse Insa Wilke. Sie sind ja die Jury-Vorsitzende des Preises der Leipziger Buchmesse, der dieses Jahr dennoch verliehen wird. Trotzdem ist es nun ein Preis ohne Messe. War das ein Schock für Sie, als Sie das erfuhren? Ja, ich glaube, für die gesamte Jury war das ein Schock. Und ich verstehe es auch, oder sagen wir so, was die Leipziger Buchmesse so wichtig macht, gerade für literarische Titel, ist, dass sie eine literarische Öffentlichkeit schafft. Und ich glaube, dass man etwas naiv ist, wenn man denkt, ohne diese Öffentlichkeit könnte man die Aufmerksamkeit für Literatur schaffen, die diese Bücher brauchen im Frühjahr und sowieso. Und das andere, was mich daran beschäftigt hat, an dieser Absage der Messe, ist, wenn man es ernst meint, dass wir ein gemeinsames Deutschland sind, dann müsste man, glaube ich, dafür sorgen, dass dieses ja wirklich große Kulturereignis im Osten Deutschlands, dass auch dieses Ereignis, das wichtig ist für die Region, denn es geht ja nicht nur um die Buchbranche, sondern es geht um alle, die da auch Geld verdienen zu diesem Anlass, dann müsste man dazu sorgen, dass man eine solche Buchmesse auch strukturell in die Lage versetzt, dass sie zum Beispiel auf solche Situationen schnell und flexibel reagieren kann. Und da würde mich mal interessieren, wenn man vergleicht, wie ist die Ausstattung von Frankfurt, wie sind die Bedingungen von Leipzig, gibt es da tatsächlich einen politischen Willen, da auch eine gewisse Handlungsfähigkeit herzustellen? Naja, ich glaube, der Ball liegt nicht nur im Feld der Politik, sondern das muss die Messe ja auch für sich selber regeln. Ich gebe ja zu, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie ein Kind, dem gesagt wird, dass Weihnachten flach fällt. Svenja Flassbühler, wie ist denn das bei Ihnen? Wie viel Resilienz muss ein Autor und eine Autorin aufbringen, um damit, wenn man ein neues Buch im Frühjahr hat, leben zu können, dass nun eben keine Leipziger Buchmesse stattfindet? Also ich muss sagen, ich finde es auch wahnsinnig traurig, vor allem für die Autoren. Und ich glaube aber, dass sich dahinter ja vielleicht auch noch ein größeres Problem offenbart, dessen Dimensionen wir vielleicht jetzt erst richtig zu spüren bekommen, nämlich die Tatsache, dass da ja auch eine ganz starke Zweckrationalität drin ist. Ja, lohnt sich das überhaupt? Wollen wir das wirklich? Das ist ja irgendwie, es ist ja auch anstrengend, so eine Messe und so, ne? So wie überhaupt das öffentliche Leben und das soziale Leben irgendwie auch anstrengend ist und irgendwie auch nicht vollends zweckrational, das ist eben die Öffentlichkeit und das sind eben solche Veranstaltungen, wie sie nun mal auch im Kulturbetrieb üblich sind, ja? Braucht man nicht zum Überleben, aber man braucht sie eben doch. Und ich glaube, dieses Brauchen, dieses spezifische Brauchen, da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht verloren geht. Und zwar über den Kulturbereich hinaus, würde ich sagen, wenn es um Kultur geht. Ich schon mal, Mangold, nicht wenige Schwarzmaler sehen ja die Leipziger Buchmesse und ihre Zukunft insgesamt gefährdet. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird es Leipzig 2023 und folgende geben? Na ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits als Leser und Literaturmensch möchte ich natürlich, dass diese herrlichen Rituale und Gemeinschaftserlebnisse nicht verloren gehen. Sie sind total wichtig für die Literatur. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein überzeugter Marktwirtschaftler. Und deswegen finde ich jetzt so eine Argumentation, wie Sie sie angedeutet haben, dass gewissermaßen sichergestellt werden muss, dass im Osten wie im Westen alles vollumfänglich in Funktion bleibt. Ja, irgendwie, ja, klar, ich verstehe das emotional auch. Aber das Wort Messe drückt für mich schon auch irgendwie aus, dass da Händler zusammenkommen. Und der Stolz beider Buchmessen, finde ich, ist schon, dass, wie es im gesamten Übrigens für die Literaturbranche gilt, es immer noch ein freies Unternehmertum ist. Das verschafft uns auch viel Freiheit. Wir sind keine Subventionsbetriebe, wie es die Opernhäuser oder die Theaterhäuser sind. Die Frankfurter Buchmesse, die ein riesiges Weltereignis ist, ist es, weil da freie Verlage hingehen und für sich eine Rechnung aufmachen, die sich auch auszahlt. Das heißt, die Vorstellung einer quasi, einer Sonderzulage Ost-Subventionsmesse in Leipzig wäre jetzt nichts nach meinem Geschmack. Da muss ich kurz einhaken. Leipzig ist eine der lebenswertesten Städte in Deutschland. Gerade für eine junge Generation. Die Messe wächst seit Jahren, ist eines der Erfolgsprojekte. Gerade ökonomisch macht das überhaupt keinen Sinn. Nein, natürlich, es geht darum, eine Pandemie abzufedern. Ich möchte, dass es das weitergibt, aber aus eigener Kampf. Aber zu jedermanns Erstaunen hat sich ja die Leipziger Buchmesse, die ja ein Produkt, also das war ja die ursprüngliche Messe, die Frankfurter Messe ist sozusagen der Emporkömmling, ein Produkt der Teilung Deutschlands und des Kalten Krieges. Dennoch, dass wir jetzt zwei Buchmessen haben, ist ja ein unverschämtes Glück und ein unverdientes Glück. Und wir müssten schon alles tun, um sie zu bewahren. In meinen Augen jedenfalls. Und da schadet so ein bisschen politischer Druck vielleicht gar nicht. Aber gut, es wird, glaube ich, 2023 zumindest eine Leipziger Buchmesse wieder geben. So der Virus nicht mal wieder mutiert. Mutiert kommen wir aber zum ersten Buch, über das wir heute sprechen möchten. Jumar Mangold, Emanuel Carrier. Ein Autor, der wirklich faszinierend ist mit seinen Romanen wie Der Widersacher zum Beispiel oder Das Reich Gottes. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Yoga. Ein Buch, das sehr heterogen ist. Deshalb bin ich wirklich gespannt wie ein Flitzbogen, wie Sie das jetzt in wenigen Sekunden vorstellen wollen. Indem ich zum Ersten bekenne, Immanuel Carrier ist einer der von mir am meist verehrten lebenden Autoren. Was macht ihn aus? Was zeichnet ihn aus? Zumindest seine zweite Werkphase, die aber auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren anhält, dass er sich von der Fiktion gelöst hat und ein Erzähler geworden ist, der sich Gegenstände aus der realen Welt wählt. Zum Beispiel in dem von ihm schon erwähnten großen Roman Das Reich Gottes ist eine Doppelbiografie von Paulus und Lukas. Aber das ist noch nicht der Clou. Sondern der Clou ist, dass er das, was er erzählt, als Immanuel Carrier erzählt. Das heißt, das Erzählende, ich in seiner autobiografischen Wahrheit, wenn man so möchte, ist immer ganz präsent und da. Und profiliert überhaupt, macht es erst so spannend, was er uns da zu erzählen hat. In Yoga, wir wissen schon aus anderen Büchern, dass er eine Neigung zum Yoga hat, gibt es ein wunderbares Motiv. Am Anfang heißt es, und es wird immer wieder aufgeriffen, ihm schwebte vor, ein heiteres und feinsinniges Buch über Yoga zu schreiben. Und diese Form quasi durch diese Meditationstechnik in so eine Haltung der Unberührbarkeit, der Heiterkeit, der Reinheit zu kommen, das ist ein Charakterzug bei Immanuel Carrier. Nun schlägt ihm allerdings das Schicksal ein Schnippchen. Denn zum einen, es gibt mehrere Einschläge, kaum ist er in einem Yoga-Retreat der totalen Zurückgezogenheit, als es doch einen Anruf von draußen gibt. Und zwar, wir haben die Anschläge auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und da ist ein enger Freund von ihm Opfer des Anschlags geworden. Also wird er aus dem Retreat rausgeholt, weil die Witwe des Ermordeten ihn möchte, dass er die Totenrede hält. Und dann als nächsten Einbruch kommt etwas, was vermutlich immer schon in seiner Biografie drin war, aber so nie analysiert wurde. Ja, eine regelrechte bipolare Störung, eine manisch-depressive Bipolarität. Und die wiederum wird in irgendeiner Weise, und jetzt wird es artistisch-künstlerisch hochinteressant, auch im Zusammenhang mit seiner Lebensgeschichte stehen. Denn, und das unterscheidet jetzt Yoga von allen anderen Büchern, während Immanuel Carrier sonst immer sagt, er sagt, die Wahrheit, und zwar die ganze Wahrheit, muss er dieses Mal anders vorgehen. Denn seine Ehe mit Hélène, einer berühmten französischen Fernsehjournalistin, die wir aus früheren Romanen kennen, ist offensichtlich gescheitert. Und in den Scheidungsgrundlagen oder Papieren wurde festgelegt, oder hat sie sich ausbedungen, dass sie in seinen Büchern nicht mehr vorkommt. Folglich muss er jetzt eine Geschichte erzählen, die ganz sicher auch in einem Zusammenhang mit dem Scheitern, dem für ihn, von beiden Seiten tragischen Scheitern dieser Ehe, zusammenhängt, ohne den Partner darin zu erwähnen. Und daraus allerdings, glaube ich, entwickelt Yoga dann seine eigentümliche, wie beim Golf spricht man vom Handicap, das ist eine besondere Herausforderung für dieses Buch. Es tut sich damit in der Mitte des Buches ein Leerraum auf, den ich eigentlich für die Imagination oder die Einbildungskraft des Lesers ganz reizvoll finde. So viel erst mal. Svenja Flassböhler, Ihr Lektüre-Eindruck. Ja, ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Also, ich, ehrlich gesagt, habe ich diese Geschichte erst nachher, ich habe das Buch gelesen, ohne das zu wissen. Und es ist klar, da ist, da klafft eine riesige Lücke und in diese Lücke stürzt er hinein. Also, es ist wie eine, eigentlich wie eine literarische Formation, so habe ich das fast gelesen, wie ein Loch, in das er hineinstürzt, das aber so namenlos bleibt. Und das Interessante fand ich, wie fein dieses Buch dann doch gewoben ist. Also, das ist ja, es heißt Yoga. Yoga heißt diese zwei Kräfte, die sich widerstreiten, die unter ein Joch gebracht werden wollen. Und diese zwei Seiten, die gibt es die ganze Zeit in diesem Buch. Da ist der, der meditiert, der die Gedanken loslassen will, der sich vorbeiziehen lassen will, der sich erleichtern will. Dann ist da aber der Schriftsteller, der die Gedanken festhalten will. Also, es gibt die ganze Zeit diese zwei Seiten. Und natürlich gibt es in ihm, und da kommen wir auf diese bipolare Störung zurück, in ihm gibt es ein dunkles Ich, ein anderes Ich, das er hervorbringen muss. Weil wenn er das nicht tut, stirbt er daran, wird er von diesem Ich wie in ein Loch hinabgezogen. Das ist ja auch das Motto, was diesem Roman vorangestellt ist. Das ist sein, also im Grunde ist dieses Schreiben ein Überlebenskampf. Ja, der muss das irgendwie hervorbringen. Und interessanterweise ist ja das Motiv des Zwillings durchgängig durch dieses Buch hindurchgezogen. Ja, da gibt es die Erika, die auf dieser griechischen Insel auftaucht, die hat eine Zwillingsschwester, die plötzlich verschwindet. Dann gibt es diese Zwillingsfrau, eine große Liebe von ihm. Das löst sich dann auf. Und genau am Beginn dieses bipolaren Absturzes zerbricht eine Figur, die er bekommen hat von dieser Frau, eine Zwillingsfigur zerbricht. Und er zerbricht fast an diesem Zerbrechen, weil er genau sieht, das ist mehr als nur eine Figur, die da zerbricht. Da zerbricht etwas in ihm. Und also damit will ich nur andeuten, wie großartig auf verschiedensten Ebenen dieses Buch komponiert ist. Also ich war total begeistert. Ein großartiges, aber auch ein todtrauriges Buch in Saar Wilke. Ja, und ein anstrengendes. Also dieses Zerbrechen dieser Figur könnte ja auch heißen, dass es eine Befreiung ist, weil endlich die Binarität, dieses zwei Dinge, der Komparativ, der damit auch verbunden ist, der sich durchzieht durch das Buch, weg ist. Also es ist auch eine Erlösung. Und ich habe das Buch nochmal anders gelesen, nicht im Hinblick auf diese Leerstelle, sondern ich habe es eigentlich tatsächlich gelesen als den Versuch, sowohl Yoga als auch die bipolare Störung in eine ästhetische Form zu bringen. Und für mich ist dieses Buch eigentlich eine Yoga-Übung. Das heißt, auch eine quälende Lektüre, weil ich mit diesem Erzähler darum ringe, zur Erleuchtung zu kommen, nämlich die Dinge dann zu sehen, wie sie sind. Und es gelingt ihm ja über zwei Drittel des Romans nicht. Er kreist, es wird nicht lebendig, es bleibt alles auf einer Metaebene, was er versucht zu beschreiben. Es wird nicht lebendig? Ja, ich kann ja zu Ende erzählen, was ich meine. Und er bewegt sich aber zu interessanterweise auf das Kapitel im letzten Drittel des Buches, in dem er auf einer griechischen Insel ist und mit geflüchteten Jungs auf einmal zusammenarbeitet. Und das ist der Moment, wo sich dieses Ich dann endlich mal entäußert. Wo es um Beziehungen geht, wo er andere Konstellationen beschreibt, wo auf einmal nicht nur abstrakt etwas behauptet wird, sondern etwas erzählt wird. Und interessanterweise ist das die Passage, von der er selbst im Buch sagt, dieses Ich, die ist erfunden. Das heißt, es wird in dem Moment lebendig, in dem die Fiktion in dieses Buch kommt, behauptet auf der Erzählebene. Und das finde ich interessant. Das habe ich ganz anders gelesen. Wenn ich ehrlich bin, also diese Szenen auf dieser griechischen Insel mit den Geflüchteten, die fand ich mit die schwächsten. Da ist er für mich, also kommt über einen journalistischen Ansatz nicht hinaus. Während die Szenen in zum Beispiel diesem Yoga-Retreat, das ist ja ein Schweigeretreat, wo er schreckend Erregen festhält, der neben mir auf der Matte, der erinnert mich an meinen alten Biologie-Lehrer und den habe ich gehasst. Und das war ein Sadist und so weiter. Da bin ich ihm ganz nah. Niemand, den ich kenne, hat jemals diese tausend schreienden Affen aus dem Yoga, die sogenannten Fritti, die eben für immer für die Wellen in unserem Bewusstsein sorgen, die mich, während ich hier sitze, daran denken lassen, hast du denn auch das Bügeleisen zu Hause ausgesteckt und so weiter. Also diese tausend Affen, die man eben durch Yoga beruhigen soll, damit man zu einem klaren Verstand kommt, zu einem klaren Dasein, das kann Karriere hervorragend schildern und sein Kampf darum. Ich meine, das Ganze ist ja wirklich ein authentischer Erfahrungsbericht eines gebildeten Menschen, der ein besserer, auch ein humanerer Mensch sein möchte, der aber erkennt, dass das Böse in ihm, dass er das permanent selber hervorbringt und der sehr anschaulich und, glaube ich, ohne intellektuell jetzt in Esoterik abzugleiten, Protokoll darüber aufstellt, wie kann man das in unserer Gegenwart schaffen. Karriere liebt generell die Paradoxien und auch Yoga ist keine Yoga-Apologie, sondern schon, ist im Grunde als Buch auch eine Dekonstruktion von Yoga. Nein, nein, das ist genau das, wie Svenja Flassbüller sagte, dieses Untersjoch Zwingen von zwei an und für sich unvereinbaren Kräften. Genau, dann will ich den Gedanken noch ein bisschen ausführen, weil wenn man den entfaltet, da steckt noch so viel drin. Das Buch macht ja auch mit dem Leser, der sich am Anfang durchaus auch mal nach so einem Yoga-Retreat sehnt, oder ich muss es nicht verallgemein, ich sehne mich dann auch manchmal am Yoga-Retreat und dann fängt er an, es zu beschreiben und dann fängt man an, das auch immer mehr von sich zu weisen, weil man denkt, kann das wirklich das Ziel des Lebens sein, dass all diese Gedanken, die wir immer haben, die uns ablenken, wollen wir die eigentlich alle eliminieren und da schafft Carrière eine tolle Gegenfigur und das ist Montaigne. Und Montaigne, der große französische Essayist. Der im Grunde jeden Furz, der ihm durchs Hirn rasselt, sofort ausgeschrieben hat und Weltliteratur damit schrieb. Genau, denn wenn wir die Vritti, also die Öftien, immer nur wegdrängen, was bleibt eigentlich dann von unserem Leben übrig, dann sind wir in einer Reinheit, die aber mit der Leere, mit Doppel-E identisch ist und das ist auch nicht, was wir wollen. Und das erinnerte mich, wenn ich das kurz noch einwerfen darf, an das Reich Gottes, was ich für Carriers vollkommensten Roman halte, da gibt es eine ähnliche Paradoxie, weil er nämlich sich einen Satz Jesu so sehr zu Herzen nimmt, dass man nämlich nicht durch Klügelei, sondern nur durch Torheit weiterkommt. Und jetzt ist man in einer wahnsinnig schwierigen Situation, als einer der glamourösesten Pariser Intellektuellen und er kämpfte, er arbeitet damals unbedingt an seinem katholischen Projekt, er hatte so eine katholische Phase und er will also das eigene Intellektuellentum verdrängen, um zu dieser Torheit zu kommen. Es ist auch wieder eine paradoxe Bewegung, die natürlich nicht einlösbar ist. Und hier gibt es in Yoga auch nochmal so den Narzissmus. Er ist sich bewusst, sein größtes Laster gewissermaßen oder sein größtes Charakter ist der Narzissmus. Das versucht er auch immer zu auszuführen, aber es ist gar nicht so leicht, den Narzissmus durch Benennung zu umgehen, weil indem man ihn einbekennt, wird er fast schon noch größer. Ja, und es gibt ja auch, finde ich, auch da so zwei wirklich ganz entgegengesetzte Bilder, dass er eben auf der einen Seite ist er total in sich gefangen die ganze Zeit, leidet darunter, ja, und es gibt ja auch zwei Geschichten eigentlich, die von so einer radikalen Einsamkeit erzählen. Also eine Geschichte mit dem Jungen, dieser Junge, der eigentlich eine ganz leichte Operation über sich ergehen lassen muss, vier Jahre alt und aufwacht und er ist taub und stumm und blind und die Eltern versuchen ihm zu sagen, dass er nie wieder richtig aufwachen wird, aber er kann es gar nicht mehr wahrnehmen, weil er taub und blind und stumm, also das fand ich wirklich, ich konnte da nach hinten schlafen, das war so schlimm. Und gleichzeitig, am Beginn gibt es diese, finde ich, auch sehr schön geschilderte Szene, wie er genau zu diesem verhassten Biologie-Lehrer wird. Er beobachtet und er merkt ja in der Meditation, wie er plötzlich eigentlich in seinen Geist eintaucht und wie dann der andere auch traurig wird und er traurig wird. Mich hat das fast an David Hume erinnert, also an diesen Gefühlsübersprung, an die ganze Frage der Empathie. Was ist denn eigentlich Empathie? Er wird quasi der andere. Beide weinen, brechen zur gleichen Zeit auf ihren Matten in Tränen aus. Das ist schon sehr klug gemacht, aber ich habe noch einen Punkt, der mich wirklich interessiert. Lange galt ja dieser Immanuel Carrier so ein bisschen als der kleine Bruder von Karl-Uwe Gnausgart. Beide mit dem Projekt des sogenannten autofiktionalen Schreibens. Was ist denn der Unterschied zur guten alten autobiografischen Methode? Taugt das eigentlich wirklich als poetische Kategorie oder ist das ein Streit um Worte? Also ich glaube, der Unterschied erstmal zwischen Knausgart und Carrier, natürlich, die schätzen sich beide gegenseitig im Übrigen sehr, aber ich finde, es gibt trotzdem eine große Differenz. Knausgart hat zumindest in seinem großen Zyklus Mienkamp, das ist die Totalität seines Lebens. Während bei Carriers eher die Idee ist, er sucht sich einen Gegenstand aus und die sind von Buch zu Buch verschieden. Er hat auch schon einen Massenmörder als Gegenstand gehabt, aber diese Geschichte des Massenmörders, eine reale Geschichte, den er auch im Gefängnis aufgesucht hat, erzählt als Immanuel Carrier, was das mit ihm macht. Also diese Rückkopplung über die Perspektive, aus der erzählt wird, die ist das Autobiografische bei Carrier und da finde ich, ist es ein bisschen anders gebaut. Eigentlich erzählt er immer nur die Umstände seines Schreibens mit, aber das macht es für mich sehr, sehr aufregend, an diesem Leben teilnehmen zu dürfen. Ja, ich habe aus anderen Gründen an Knorska gedacht, weil für mich ist dieser Immanuel Carrier, was die Rezeption angeht, schon auch interessant. Mir leuchtet alles ein, was Sie gesagt haben, aber er ist schon auch ein Autorentypus, den ich in Knorska wiedererkenne, den ich in Schepan Twardoch, dem Polen, wiedererkenne, den ich in Thomas Espedal wiedersehe, eine Art Malboroman der Literatur, der seine Empfindsamkeit ausstellt und dem ich als Leserin folgen muss und folgen muss und folgen muss, in dem, wie er sich ausbreitet und entfaltet. Und ich habe mich gefragt, auch gerade immer wieder mit Krankheitsbildern verbunden, was sehr interessant ist, wie findet Krankheit eine ästhetische Form? Und dieses Phänomen interessiert mich bei diesem Typus Literatur und Typus Autor. Svenja Flasspöler, Sie haben auch ein französisches Buch mitgebracht, aber kein aktuelles, sondern ein Roman einer Klassikerin, ja sogar einer kanonischen Autorin der französischen Literatur, darf man sagen, Simone de Beauvoir. Nachdem sie Weltruhm erlangte mit das andere Geschlecht, drei Jahre danach hat sie einen Roman geschrieben, nämlich Die Unzertrennlichen. Sie hat den aber nicht veröffentlicht zu Lebzeiten. Warum nicht? Das werden wir diskutieren. Worum geht es Ihnen? Die Unzertrennlichen. Ja, erst mal interessant, ja, die Verbindung vielleicht auch noch mal zur Karriere. Also auch hier geht es ja quasi um Zwillinge, die Unzertrennlichen. Zwei Frauen, die sich sehr ähnlich sind. Und auch im Grunde gibt es dann natürlich auch eine sehr klare autobiografische Vorlage. Also Simone de Beauvoir war eng befreundet mit Zaza, einem jungen Mädchen, das sie auf der katholischen Mädchenschule kennengelernt hat. Im Roman heißen sie dann Sylvie und André. Und diese beiden Mädchen freunden sich an. Es gibt aber auch von Sylvie schrägstrich Simone ein ganz klar erotisches Begehren dieser Frau gegenüber oder diesem Mädchen erst mal gegenüber. Und die beiden haben dann aber eigentlich eine sehr intellektuelle Beziehung. Also sie reden ganz viel. Sie merken ganz früh, dass sie sich wirklich für Geistiges, für Höheres interessieren. Und dann werden aber auch sehr schnell, je näher die beiden sich kommen, die Unterschiede klar. Nämlich Sylvie lebt zwar auch in einem sehr traditionellen, katholisch-bourgeoisen Elternhaus auf, aber hat relativ viele Freiheiten. Während aber die André sehr viele, sie hat sieben Geschwister im Buch, ich glaube, real waren es sogar neun, an einem wirklichen militant-katholisches Elternhaus. Und sie leidet eben unter diesen Strukturen, unter den Regeln, unter den Aufgaben, die sie eben von der Mutter ständig aufgetragen bekommt. Sie hat also keine Zeit für ihre, ja, für sich, dafür sich zu interessieren, für die Dinge, die sie gerne machen möchte. Und geht im Grunde genommen an dieser Rigidität dieses militanten-Katholizismus zugrunde. Also so wird es erzählt und vor allem wird es interessanterweise so rezipiert. Also die Adoptivtochter von Simone de Beauvoir, die eben diesen Roman aus dem Nachlass jetzt vor zwei Jahren in Frankreich veröffentlicht hat, redet sogar von einem Mord. Also Sasa sei ermordet worden durch diese Strukturen, weil tatsächlich stirbt sie sehr früh. Also mit Anfang 20 stirbt sie an einer rätselhaften Gehirnerkrankung. Und Simone de Beauvoir hat diesen, hat dieser Tod sehr beschäftigt. Und daraus ist dieser Roman hervorgegangen. Und was mich wirklich interessiert, ist eben der Grund, warum ist dieser Roman nie erschienen. Nämlich, Sartre hat angeblich gesagt, das ist zu intim, das kannst du nicht machen, lass den mal lieber in der Schublade. Ich habe bei der Lektüre gedacht, dass es vielleicht auch noch einen anderen Grund gegeben haben könnte. Nämlich, wir haben ja vorhin bei Carrère viel über innere Hindernisse gesprochen, über innere Zerrissenheiten. Hier in diesem Buch sind es nur äußere Hindernisse, die dieses Mädchen daran hindern, sie selbst zu werden. Also sie ist Opfer der Verhältnisse. Ganz klar. So wird es geschildert und so wird es vor allem rezipiert. Sie wurde ermordet. Der Existenzialismus, für den Simone de Beauvoir und vor allem Sartre stehen, hat aber eine ganz andere Grundidee. Nämlich, dass man selbst in der ausweglosesten Situation Freiheit hat. Man kann sich immer verhalten zur Situation. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und diese Grundeinsicht des Existenzialismus wird in diesem Roman komplett negiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch ein Grund gewesen sein könnte, warum dieser Roman nie erschienen ist. Ich finde ihn aber gerade deshalb wieder so interessant zu lesen, weil wir natürlich heute einen ganz ähnlichen Konflikt wiederhaben. Also die These, dass wir in einem Patriarchat leben, das Frauen unterdrückt und Frauen sind strukturell systematisch Opfer dieser äußeren Strukturen, ist ja eine These, die man gegenwärtig häufig hört. Und natürlich kann man auch da darüber reden, stimmt das denn eigentlich oder müssten wir eigentlich diesen existenzialistischen Gedanken zumindest ein Stück weit wiederbeleben? Eine offene Debatte, die weitergeführt werden wird. Und dieses Buch gibt Anlass, nochmal neu darüber nachzudenken. Wir reden über einen Prosa-Text von 120 Seiten Länge. Es ist also ein sehr, sehr schmales Werk. Iris Radisch, die Kritikerin der Zeit, hat behauptet, dieser Text führe ins Herzzentrum von Simone de Beauvoir in Saarwilke. Das würde ich auch sagen. Also man kann es so argumentieren, wie Svenja Flasspöhler das gerade gemacht hat. Man kann das Buch, glaube ich, noch anders lesen, als die Geschichte einer Flucht, nämlich der Flucht aus dem Katholizismus, der Flucht aus dem Klassensystem. Und das verknüpft mit einem Schuldbekenntnis. Ich finde ganz interessant, es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, man könnte fast sagen, es ist eine kannibalische Geschichte. Und zwar in dem Sinne, dass sie eine Sache nicht erzählt haben, dass nämlich am Anfang die André und die Familie von André, ganz am Anfang des Romans, eigentlich die liberale Familie ist. Man lernt die kennen, die kommt in die Klasse als neue Mitschülerin und die Sylvie ist beeindruckt von ihr, weil sie so selbstbewusst ist, weil sie so frei ist, weil sie so unabhängig ist, weil sie die Dinge ausspricht. Ein wildes Mädchen. Und die Mutter von Sylvie ist empört, weil diese André alleine nach Hause gehen darf. Die Mutter sie nicht abholt. Das heißt, man steigt in dieses Buch ein und denkt, aha, das ist die liberale Familie. Und dann gibt es einen Bruch, nämlich auf einmal wird die schüchterne, unsichere Sylvie aus dem strengen Elternhaus nimmt die Rolle von André ein. Und ich habe am Anfang gedacht, na, ist das schlecht erzählt? Ist das ein Bruch in der Figur? Und ich glaube, nein, Sylvie verleibt sich André ein, um schließlich Sylvie zu werden. Also die Frage ist, ob es um zwei Figuren geht oder ob es eigentlich hier um ein Individuum geht, das sich quasi die andere Seite einverleibt. Insofern für mich ein kannibalisches Buch. Das ist eine sehr interessante Interpretation. Da steckt eine Menge drin. Ich glaube aber, ich würde Sie, Sie weichen mir da einmal von der Hauptstraße ab. Denn tatsächlich geht ja in der Erzählerin Sylvie eine riesige Veränderung vor. Nämlich, sie verliert ihren Glauben. Und dadurch bleibt André in diesem katholischen Familiengefängnis zurück. Und sie beschreibt es ja wirklich als Gefängnis. Es ist furchtbar. Welche Macht der politische Katholizismus in Frankreich der 50er Jahre hatte und welche furchterregenden Konsequenzen auf das Leben von Frauen. Aus diesem Text lässt es sich erfahren. Und zwar so, dass man vor Wut, also buchstäblich die Knöchel beim Lesen weiß hervordreht. Aber auch auf Männer. Es ist eben nicht feministisch, sondern es ist... Na, ich sehe es schon ein bisschen feministisch. Also ich meine, das Opfer der Tote am Ende ist nicht der frömmlerische Angeliebte, der sich nicht mit ihr verlobt, weil vielleicht werde ich doch noch Priester oder sowas. Sondern es ist eben die Frau, die mit ihrem Tod diesen Preis für diesen Glauben bezahlt. Ich kann die hochinteressante hermeneutische Debatte nicht auflösen und mich auch nicht auf die eine oder die andere Seite schlagen. Ich kann nur anmerken, es spielt natürlich nicht in den 50er Jahren, sondern während des Ersten Weltkriegs und in den 20er Jahren. Ja, Quatsch. Ein bisschen anderes Erpochenkontext. Die Erzählzeit. Und man kann natürlich so große, auch ethische Interpretationsfragen immer ein bisschen unterlaufen, dem man erstmal kurz darauf hinweist. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass es ein absolut wunderbar geschriebenes Buch ist, dessen Figuren mir zumindest extrem ans Herz gewachsen sind. Ich habe dieses Buch mit fast einer, quasi immer mit einer leichten Tränen im Auge gelesen, so anrührend fand es. Ich fand, die Simone de Beauvoir wahnsinnig stark in ihren Landschaftsschilderungen. Die Familie der André hat, ich glaube, Richtung Pyrenäen oder so muss das vermutlich sein, ein Landhaus, wie dort der Duft von Pinien und wie Blumen beschrieben werden, wie das Licht beschrieben wird. Das alles ist von großer schriftstellerischer Feinheit. Ich fand das sehr überraschend, um den militanten Katholizismus zu beschreiben, könnte man ihn hässlicher beschreiben, als dieses Buch es tut. Und das fand ich so interessant. Natürlich, da ist eine unglaubliche Unfreiheit und eine Macht, die vor allem von der Mutter auf ihre Tochter einwirkt. Aber gleichzeitig die Erzählerin beschreibt sie diesen Katholizismus auch als einen von einer gewissen würdigen Freiheit. In verschiedenen Momenten wird das immer wieder angedeutet oder so wie gesagt, zum Beispiel, darf ich das kurz mal vorlesen, finde ich so ein mich faszinierender Moment. Kurz nach meinem Aufenthalt in Bétharie, das ist das Haus auf dem Land, hatte Madame Galat sie so detailliert und drastisch über Fragen der Liebe aufgeklärt, dass es ihr im Nachhinein noch Schauer über den Rücken jagte. Anschließend hatte ihre Mutter ihr Seelenruhig erlaubt, Lucrez, Boccaccio, Rabelais zu lesen, also Autoren, die eigentlich obszöne Stellen haben. Das heißt, unsere heutige Vorstellung ist immer, der radikale Katholizismus sei eng verknüpft mit Puritanismus, mit irgendwas Verklemmten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist auch der Anschluss daran, dass das im Grunde, sie gibt ihr ganz viele Freiheiten. Die Interpretation, die natürlich in diesem Buch nahegelegt wird, ist, um sie zu halten, also um sie in diesem Familiengefüge zu halten und um sie dann eben zu verheiraten an jemanden, der dann eben auch zur Familie passt. Und da, finde ich, kommt jetzt noch mal so ein ganz interessanter Punkt rein, der auch noch mal an das anschließt, an diese eigentlich doch geistige Welt, die da auch erschlossen wird in diesem Elternhaus. Nämlich, und das fand ich ganz interessant, noch mal im Hinblick auf die Frage Opfer, weil natürlich ist sie einerseits Opfer dieser Rigidität, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber auf der anderen Seite ist es doch interessant, dass sie ja, sie möchte gerne den Pascal heiraten, also im wahren Leben Merleau-Ponty, also die André-Saza, möchte ihn heiraten, möchte sich verloben mit ihm. Und er möchte nicht, weil er das seinem Vater nicht antun will, er will erst mal eine Ausbildung machen, will erst mal arbeiten, will noch Zeit haben. Und die Mutter von Saza droht ihr an, oder sagt ihr, okay, wenn das mit der Verlobung nicht klappt, dann musst du nach England gehen, ja. Aber doch nicht nach England irgendwie in die katholische Mädchenschule, wo man irgendwie nur Schuhe putzen muss oder stricken. Nein, sie würde studieren, sie würde lesen, sie hätte die Möglichkeit, sich wiederum geistige Welten zu erschließen. Für zwei Jahre. Und dann wird es aber so erzählt, im Grunde, als sei das die größte Strafe. Es ist Sibirien, dann lieber sterben. Genau, und da muss man doch sagen, eigentlich war ihr Wunsch, ganz schnell zu heiraten, viel traditioneller, viel traditioneller, viel patriarchaler, als das, was die Familie ihr eröffnet hätte. Zumal die Mutter ja deswegen ein Hindernis einbaut, weil sie sagt, ob der Pascal, ob er es wirklich so ernst meint. Und da hat André ja bereits, die hat sich ja schon mal verliebt in jemanden, der nicht als standesgemäß empfunden wurde, der dann als quasi diese Liebe verboten wurde, die waren dann noch sehr jung. Er findet Trost als Playboy an der Côte d'Azur. Meine Frage wäre, ob diese Zaza André nicht doch in sich eigentlich jetzt mal nicht unabhängig, aber trotzdem auch eine zerrissene Figur ist, also die sich ja eben auch ein Bein abhackt fast, ja, sie haut sich ja an einer Stelle eine Axt ins Bein. Wir lernen sie ganz am Anfang schon kennen als ein Mädchen, das sich verbrannt hat, also eine Fleischwunde trägt, die eine ganz starke, selbstzerstörische Kraft eigentlich in sich hat. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, kommt diese Selbstzerstörung rein aus dieser äußeren Struktur oder kommt sie möglicherweise doch auch von innen, ja, also vielleicht bedingt sich da auch was gegenseitig, weil am Ende merkt man ja, sie ist ja völlig außer sich, als dann klar ist, sie muss nach England gehen. Also was ich mich gefragt habe, ob der Roman nicht doch entgegen der weitläufigen Rezeption nicht doch auch viel dialektischer in sich ist und gar nicht nur von äußeren Hindernissen spricht, sondern schon auch von innerer Hindernissen. ich meine der Schluss, am Ende stirbt sie an einer Hirnerkrankung und zu diesem Zeitpunkt steht der Heiraten mit dem Pascal in Wahrheit nichts mehr wirklich entgegen, weil Sylvie als beste Freundin mit dem Vater von Pascal ihn ins Gebet genommen hat in gewisser Weise. Aber Moment, im Blut stirbt sie nicht an einer Hirnerkrankung, das ist jetzt die tatsächliche Welt, oder? Stimmt. Ja, das ist nämlich interessant, dass das immer vermischt. Also, äthologisch ist diese André zum Tode verurteilt in dem Moment, wo sie das lesbische begehrende Erzählerin zurückweist. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen unbedingt erwähnen, dass Immanuel Carriers Roman von Claudia Hamm übertragen wurde, und zwar ganz großartig. Und auch die Übersetzung von Simone de Beauvoir stammt von Amélie Thoma und ist glänzend in meinen Augen jedenfalls und bei Rowold erschienen. Und damit kommen wir zu einem Autor, der eigentlich jetzt auf der Leipziger Buchmesse ganz groß gefeiert hätte werden sollen, denn er erhält den Buchpreis zur europäischen Verständigung, also den großen Preis am Beginn der Leipziger Buchmesse, den erhält er auch, aber vermutlich eben vor lichten Reihen, ja, Karl-Marcus Gauss und sein neues Buch. Sie stellen es vor, Insa Wilke. Ja, die Jahreszeiten der Ewigkeit. Karl-Marcus Gauss ist einer der großen Stilisten, der großen Essayisten, Reiseschriftsteller im deutschsprachigen Raum. Er hat dieses Buch geschrieben oder sich entschieden, dieses Buch zu schreiben, kurz nach seinem 60. oder am 60. Geburtstag 2014. Da hat er beschlossen, er wird jetzt fünf Jahre Tagebuch führen und aus diesem Tagebuch ist dann dieses Journal entstanden, ein Destillat der Tagebucheinträge, bearbeitet, komponiert. Und es sticht von der Art, wie es geschrieben ist, gar nicht so sehr hervor unter den Arbeiten von Karl-Marcus Gauss, weil er schon immer ein Künstler des Fragments war, ein Künstler der Musikalität auch, einer, der großartig ist in der Beobachtung, der sich für Peripheris interessiert und einem plausibel machen kann, was zentrale Gedanken sind, die man eben in den Peripherien von Debatten, in den Peripherien auch von Europa sehen kann. Mich interessieren an diesem Buch zwei Dinge, warum ich sagen würde, es sticht schon auch hervor. Zum einen ist es das Genre, Männer im fortgeschrittenen Alter denken über ihr Leben nach und kritisieren die Gegenwart. In der Regel kommt da nichts Gutes bei raus, weil man immer den Eindruck hat, dass diese Autoren sehr davon getrieben sind, dass sie denken, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da sind, geht auch die Welt unter. Das ist oft eine sehr freudlose Lektüre. Die Verwechslung des eigenen Körpers mit der Welt. Ja, genau. Bei Karl-Marcus Gauss ist genau das aber anders. Der ist ein Genussmensch. Ich glaube, das hat mich an diesem Buch so froh gestimmt. Er schläft gerne lange, er isst gerne, er denkt gerne, er ist gesellig, er ist einer, der auch Widerspruch weckt und in sich auch widersprüchlich ist, der großartige Figuren schaffen kann, zum Beispiel die eigene jähzornige Figur. Und das andere, was mich interessiert an diesem Buch ist die Musikalität. Die Kunst des Fragments als Buch ist ja dann großartig, wenn sie in der Komposition Sinn macht. Und ich finde, ihm gelingt es aus Worten eigentlich hier ein Konzert anzustimmen. Und ich habe das sehr genossen. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Lektüre des Genusses. Ich schon mal Mangold. Wie haben Sie es gelesen? Ganz viel so, wie Insel es gerade auch selber beschrieben hat. Allerdings mit ein paar mehr Fragezeichen. Ich finde den tollen Stilisten. Ich finde es auch schön, noch mal diesen Wohlklang, Fülle des Wohlklangs, die man aus dem Deutschen oder vielleicht gar aus dem Österreichischen hervorzaubern kann, das zu hören. Mir gefällt es, wie er einzelnen Worten nachhorcht, zum Beispiel, dass das Holde in unserem Sprachgebrauch, in unserem Vokabular Verschwundenseiten nur noch in der Form des Unholz überlebt hat. Dann mag ich auch, da habe ich großes Vergnügen gehabt, Sie haben gerade gesagt, die Selbstfigur des Jähzornigen, also wie er um seine Eigenschaft weiß, dass er zu oft was in sich hineinfrisst und dann plötzlich bricht es aus ihm hervor und dann kommt es zu einer Überreaktion und das kennt ja jeder auch von sich selbst, diese Selbstbeobachtungen, jeder weiß ja, autonomisch in den Griff kriegt. Es kommt dann eine Seite und das haben Sie auch sehr gut beschrieben, das Genre des alten Mannes, der seinen eigenen Tod mit dem Ende der Welt verwechselt. Ich finde nicht, dass er dieser Gefahr ganz entgeht. Es gibt zwei Aspekte von Seiten, die ich etwas schwächer finde. Es ist sehr erwartbar, wann immer die moderne kapitalistische westliche Welt ins Blickfeld rückt, was heißt der Manager, der 18 Stunden am Tag arbeitet. Das kann man so sehen, es ist auch sehr verbreitend. Aber kein intellektueller Fortschritt seit den 70er-Jahren ist da zu verzeichnen. Das ist keine neue Beobachtung. Irgendwie will so ein Tagebuchautor wie, ein toller Autor, aber da finde ich, bleibt er unter seinem Niveau. Das ist mir dann oft zu, auch sein Bekenntnis zur eigenen Faulheit. Das kehrt ja unendlich wieder. Und ich finde, wenn man sich zu oft zur Faulheit, ich liebe ja auch die Faulheit, aber wenn ich es zu lautstark verkünde, dann verliert es auch schon wieder was an Leichtigkeit. und deswegen war ich manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein großes durchgehendes Motiv ist natürlich die Flüchtlingskrise. Wir werden im nächsten Buch darauf auch noch zukommen. Da finde ich den Blick, den der Abouz Saeed darauf hat, erfrischender als das, was Gauss schreibt. Das ist sehr feinfühlig, sehr richtig. Widersprüchlich. widersprüchlich, aber genau in der Mischung der Widersprüchlichkeit, wie ich sie habe, wie wir sie alle in dieser Runde haben, das lese ich und dann nicke ich. Ich muss schon sagen, mich hat die Gedankenfülle von diesem Karl-Marcus Gauss echt begeistert. Wenn er zum Beispiel das Loblieb des Bürgerlichen anstellt, als einzige Schutzmacht, die wir vor dem nackten Kapitalismus haben, da finde ich ihn dann wieder eigentlich ziemlich originell. Aber was mich interessieren würde, wenn er über Ihre Perspektive ist. Ja, ich war auch nicht wirklich so richtig überzeugt, aber vielleicht auch, weil ich vorher den Emmanuel Carriere gelesen habe und so begeistert war. Und Emmanuel Carriere kann man, also würde ich sagen, ist das genau, also wir haben es ja in beiden Fällen mit Autobiografie, mit authentischem Schreiben zu tun. und die beiden sind, finde ich auch total gegensätzlich. Also Emmanuel Carriere ist wirklich zerrissen und erschöpft aus dieser Zerrissenheit. Also das ist sozusagen sein Fundus, sein Quell. Und ich hatte bei ihm das Gefühl, aber vielleicht ist das wirklich auch eine Geschmacksfrage, weil ich mich eher für die Zerrissenheit interessiere, er ist sehr mit sich im Reinen. Und das wird auch immer wieder deutlich, dass er ebenso er beschreibt die Faulheit, aber es ist eigentlich okay. Also es ist immer alles so okay und auch sein Blick auf die Welt ist abgeklärt und eben man kann zustimmen und das ist irgendwie alles auch richtig. Aber ich habe mich gefragt, wo ist die Spannung? Es wird manchmal sehr behaglich. Was ist die Dynamik? Und wenn ich vielleicht nur eine, weil das fand ich dann wirklich interessant für mich, weil da habe ich gemerkt, ja, das ist es. Er schreibt ganz am Ende, ich will immer alles verstehen, viel gekümmert. Ich habe mich als das mir gegebene schlicht weg akzeptiert. Darum habe ich in meinem 65. Jahr keine Ahnung, was meine innersten und stärksten Antriebskräfte sind. nicht zu wissen, beruhigt mich sehr. Und ich glaube, genau das ist das, was mich interessieren würde. Und was genau mich interessieren würde, diese inneren Kräfte, die sich auch wieder streiten und damit man ein Problem hat. Und genau die extrem heterogenes Material zwischen zwei Buchdeckel pressen. Und bei dem Gauss war unter dem Strich mein Leseeindruck dann doch, du findest, also klar, das ist ein Destillat aus dem Tagebuch, ein Journal, er hat vier andere Bücher in der gleichen Form schon vorgelegt. Du findest letzten Endes doch keine Methode, keine Form, um in mir als Leser nicht den Eindruck zu erwecken, du kommst vom Hölzchen auf Stöckchen. In dieses Buch passt alles. Da würde auch noch ein Rezept für Brandteig Grapfen gut reinpassen. Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, da spricht dagegen, dass es musikalisch, motivlich sehr genau durchkomponiert ist. Sprachlich gar keine Frage. Der verfügt über eine Sprache, mit denen kann man die Vögel aus den Bäumen locken. Ich würde auch sagen, die Spannung entsteht auf dieser sprachlichen Ebene. Und interessanterweise ist das, was mich an Emanuel Carrère stört, nämlich diese unausgesetzte Beschäftigung mit dem Ich, die ja nun weiß Gott im Moment nicht eine Außenseiterposition ist. Da diese gegenteilige Position, die Karl-Marcus Gauss einnimmt, nämlich zu sagen, mich interessiert das Außen, ich beschreibe das Außen und ich bringe euch das lebendig vor Augen und nehme originelle Formulierungen dafür, sodass auf einmal die Welt aufgeschlossen wird. Das ist das, was mich an Karl-Marcus Gauss interessiert und was ich im Gegensatz zu dieser permanenten Zerrissenheitsreflexion, die ja wirklich nicht selten ist im Moment, dann doch was ich vorziehe. Also, Karl-Marcus Gauss, die Jahreszeiten der Ewigkeit, kann mir übrigens jemand den Titel erklären? Ja, das erklärt er selbst, das ist ein Kindheitserlebnis, wo ihm er immer die Vorstellung hatte, dass die Ewigkeit auch Jahreszeiten hat und dann sagt sein Bruder zu ihm, so ein Quatsch, die Ewigkeit ist endlos und er sagt, dann interessiert mich die Ewigkeit nicht, dann interessiert mich die Zeit, ich bin ein Anhänger der Zeit und das ist der Ausdruck dieses Buches. Die Jahreszeiten der Ewigkeit von Karl-Marcus Gauss, der den Buchpreis zu europäischen Verständigungen in Leipzig erhält, erschienen im Schollnai-Verlag und damit kommen wir zu einem der faszinierendsten, mich faszinierendsten, weil beobachtungsschärfsten Autoren unserer Gegenwart. Ich bin ganz verblüfft, dass dieser Abu Zaid, ein syrischer Autor, der seit 2013 in Berlin lebt, dass der nicht viel berühmter ist, das war für mich eine der ganz großen Entdeckungen in letzter Zeit. Die ganze Geschichte heißt sein aktuelles Buch, erschienen im Mikrotextverlag von Sandra Hitzel wunderbar ins Deutsche gebracht. Das ist eine zweisprachige Ausgabe, also arabisch-deutsch und es handelt sich um Facebook-Literatur. Es handelt sich um eine Auswahl der gesammelten Posts, die Abu Zaid, der sich im syrischen Facebook der glückste Mensch im Facebook nannte und der damit eine Kult Gefolgschaft erzielte, eine libanesische Tageszeitung schrieb mal auf Facebook zu gehen und nicht Abu Zaid zu lesen. Das sei so, wie wenn man Paris besucht und nicht sich den Eiffelturm anschaut. Jetzt ist also eine neue Sammlung seiner Posts erschienen. Darin beschreibt dieser Abu Zaid unter anderem seine Flucht, die seine deutsche Verlegerin möglich gemacht hat und seine deutsche Übersetzerin aus Syrien über die Türkei nach Berlin, wo er lebt. Er arbeitet inzwischen als Metallhandwerker im Studio von Eilafu Eliasson, dem isländischen Künstler. Und er bezeichnet sich einmal als Schmied, den man verarscht hat, Schriftsteller zu sein. Ich finde aber, ihm gelingt wirklich etwas Neues und ungemein auch formal Innovatives mit seinen Posts, nämlich aus der Innenperspektive des Geflüchteten uns den Spiegel vorzuhalten. Das ist ein sehr stark von Komik und Humor durchsetztes Schreiben, der aber eine perfekte Tonlage in meinen Augen tritt, wenn er zum Beispiel beschreibt, wie er mit seiner Freundin in den Kit-Kat-Club, einen Swinger-Club in Berlin möchte. Welchen Anlauf er dazu nehmen muss, welche Hürden es zu überwinden gilt, wie die Fahrt mit der U-Bahn dann dahin ist. Ich möchte nicht die Pornse zerstören, wie es ausgeht. Aber allein für diese Beobachtung finde ich es wunderbar. Und er hat eine Lieblingskneipe in Berlin, Paulus Metal Act, den er besonders schätzt, weil dort sind also Heavy-Metal-Fans unterwegs, die sich für alles interessieren, aber nicht für das Schicksal von Geflüchteten. die ihn nicht anhimmeln dafür, dass er eine Refugee ist. Total egal ist, ob er aus Sizilien kommt oder Syrien und wo liegt dieses Land überhaupt. Es ist alles ganz, ganz, ganz toll an diesem Autor und Sie, Herr Schäck, haben dieses Buch in diese Runde gebracht und ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar. Es ist ein Verlust an, dass ich die letzten, den gibt es schon so lange in der Öffentlichkeit und dass ich an ihm vorbeigelebt habe. Ich bedauere das so, aber jetzt konnte ich alles nachholen. Der ist lustig, der ist geistreich, der ist psychologisch so raffiniert und er ist trotzdem ein großer, formaler Künstler. Gerade wir, Schäff, nichts ist kitschig daran. Wir kommen dem Leben, das er als junger Mensch in Syrien gelebt hat, wo die ersten Facebook-Eintrosche sehen, kommen wir total nahe, aber auf eine Art, die null exotisierend ist, weil über das Medium von Facebook haben wir eine Gemeinsamkeit, nämlich wir kennen dieses Medium. Gleichzeitig haben wir aber auch die Differenz, weil wir feststellen, naja, wenn ein junger Syrer auf Facebook was postet, hat das einen ganz anderen Hallraum, klingt ganz anders, kann mit Syrien über die Türkei nach Deutschland, man würde jetzt denken, das ist jetzt die dramatische, erschütternde, lebensgefährliche Reise, die es ganz sicher auch gewesen ist, wird mehr oder weniger übergangen, also all das, wo man denkt, da drückt man jetzt auf die Knöpfe, das macht alles James Bondhafte ist ihm vollkommen fremd, der schiebt wie ein Flug mit Sherman nach Venedig. Jede politische Romantik weist er zurück, er möchte auch nicht beansprucht werden für irgendeine Wunscherfüllung, die Willkommenskultur in Deutschland ist ihm ein Graus, weil er sich instrumentalisiert und in eine Rolle gesteckt fühlt und greift sich irgendwann in die Haare und sagt, kann doch nicht wahr sein, wie viel Geld ich jetzt verdiene, dass ich immer von Literaturfestival zu Literaturfestival rumgereicht werde. Und wie viel Wein ich da zu trinken bekomme. Wie viel Wein ich dabei trinke, um als Flüchtling begafft zu werden. Es ist richtig komplex und gleichzeitig total frische, starke Literatur und ich bin ein großer Fan von Abu Zaid, muss ich sagen. Insa Wilke. Ich finde es auch komplex aus einem anderen Grund. Wir haben immer mal wieder über Autofiktion heute Abend gesprochen. Dies ist, glaube ich, das Buch, das am ehesten als Autofiktion zu bezeichnen ist. Die anderen würde ich sagen, nicht unbedingt. Und was intelligent an diesem Buch ist, ist das Medium, nämlich Facebook. Facebook, ein Medium, in dem man wirken will, in dem man nicht sich selbst reflektiert, sondern indem man eine Wirkungsabsicht hat. Und interessant ist, dass dieses Medium ihm ermöglicht, eine stabile Identität, also erst mal der Figur, ich würde klar sagen, der Figur, die sich hier inszeniert, eine stabile Identität zu entwickeln. Interessant ist ja, dass er am Anfang auch eine binäre Ordnung herstellt, also zwei Realitäten, was übrigens ähnlich ist, wie Abbas Kida das in seinem neuen Roman macht der Erinnerungsfälscher, zwei Realitäten und am Ende kommt er zu dem Satz, ich bin gedächtnislos, jetzt bin ich frei. Und gedächtnislos heißt, es gehen nicht beide Realitäten gleichzeitig. Um aber trotzdem eine stabile Identität zu haben, erfindet er sie sich. Und er erfindet sie sich so, dass all diese Begeisterung möglich ist, im Spiegel derjenigen, die diese Person wahrnehmen. Aber sie ist nicht zu verwechseln mit dem Autor. Es ist eine inszenierte Figur. Aber natürlich der klügste Mensch im Facebook. Das ist natürlich und zwar schon in Syrien eine große literarische Inszenierung. Aber ich hätte es diesem Medium Facebook gar nicht so zugetraut, dass es so literaturfähig ist, wie mir jedenfalls dieses Kondensat, der ja realen Post, die werden ja mit Datumsangabe und so weiter da gebracht, das ist doch noch ein großer Fortschritt im Vergleich zu Reinhard Gützabfall für alle oder sowas. Das fand ich hier wirklich wirklich zwingend. Ja, ich war auch sehr begeistert. Ich habe das in einem Zug durchgelesen, auch wegen der Eigensinnigkeit, die aus diesem Post spricht, auch dem Mut. Also ich meine, natürlich sieht man in diesen Reaktionen und den Herzchen immer schon die Reaktion mit, aber trotzdem hat man das Gefühl bei ihm, er reflektiert das absolut mit, dass er natürlich da auch irgendwie was Narzisstisches befriedigt und gleichzeitig ist er aber auch in dem, was er da postet, auch so abstößig manchmal. Und auch, also er will einerseits geliebt werden und andererseits dann auch wieder gar nicht, in dem, was er da schreibt. Also er ist ja teilweise auch ein Macho-Schwein und so weiter. total. Also jedenfalls die Figur. Genau. Und was ich aber auch nochmal interessant finde, ist, dass natürlich aus diesem Buch auch eine Traurigkeit und auch eine Schuld nochmal spricht. Ist auch ganz interessant nochmal im Zusammenhang mit Carer zu sehen, der ja, das haben sie ja am Anfang erzählt, sich dafür rechtfertigen muss, dass er natürlich ständig sein Leben ausschlachtet und dann ja auch diesen Ehesstreit oder Gerichtsstreit mit seiner Frau und er muss dann Sachen weglassen und das ist ja alles ein Riesenproblem. Und er hat das natürlich Abu Saeed hat das natürlich auch nochmal viel extremer. Also an einer Stelle gibt es die Frage, warum interessieren sie sich eigentlich nicht hier für Deutschland? Er sagt er, weil ich mich schäme, weil ich mich schäme, dass ich gegangen bin, dass meine Familie noch da lebt, wo sie lebt. Und es gibt natürlich immer wieder auch Stellen, wo man denkt, was sagt eigentlich die Familie dazu, was der da so schreibt über die Familie und lässt sie zu Wort kommen. Und aber interessanterweise er zahlt ja so eine Art Ablass und vielleicht erleichtert ihn das, er muss halt regelmäßig Geld nach Hause schicken. So, er kündigt nämlich seiner Mutter an, ich könnte jetzt auch in die Türkei kommen oder wir könnten uns wieder vereinigen und so weiter als Familie. Dann sagt die ihm, bist du Meschucke? Du bleibst mal schön da, spielst den Schriftsteller und lieferst dir regelmäßig die Kohle, die brauchen wir nämlich. Und überhaupt die Mutter, die von sich sagt, das Einzige, was ich im Leben bereue, ist, dass ich nicht früher zu rauchen begonnen habe. Das war eine wunderbar ironische Situation. Aber das herzanrührende und das auch wirklich sehr traurige an diesem Buch, es ist ja nicht nur komisch, besteht wirklich darin, dass er meisterhaft in meinen Augen den Alltag eines Geflüchteten in Berlin schildert, der eben in einem klamourösen Künstleratelier arbeitet und dort auch Anerkennung findet. Und der selber auch auf Lesebühnen ist und selber als Künstler Anerkennung findet, aber der natürlich gleichzeitig abends nach Hause geht und per Skype mit seiner Mutter spricht, die eine prekäres Existenz dann erst in Syrien und dann in der Türkei als Geflüchtete hat. Und diese beiden Realitäten auszuhalten, ohne nicht schizophren zu werden oder eben ja. Und weil er diese beiden Realitäten aushalten muss, wird sein Blick geschärft für uns. Und wir, die wir das Wort Ausländer natürlich aus dem Vokabular verdrängt haben, das darf man nicht er gebraucht es wieder, er führt es wieder ein. Und natürlich lustigerweise sind die Ausländer die, die ihn in Berlin umgeben. Ja, genau. Es ist ja, das darf man auch nicht vergessen, die ganze Geschichte ist ja auch eine Eloge auf Berlin. Also ich glaube, Abu Zaid ist im Moment der größte Berliner Lokalpatriot. Ach, dann sind Sie schon zu zweit. Ja, wir sind definitiv zu zweit. Ja, oder er hat doch auch so einen anderen, ich glaube, der ist aus dem Liban, ich weiß gar nicht, woher geflüchtet ist, auch aus der arabischen Welt, und ein junger Mann, der heißt Dschihad. Und zwar bei seinem Vater in einem Fußballverein spielte früher, der hieß Dschihad. Und nach diesem Fußballverein hat er seinen Sohn Dschihad genannt. Nun kommt er als Flüchtling in Deutschland an und alle seine Mitflüchtlinge sagen, keine gute Idee. Und das vermute ich keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, wenn die deinen Vornamen sehen. Und jetzt, was macht er für eine Gegenstrategie? Er will zeigen, dass er ein sehr laizistischer wie es heißt, ein sehr laizistischer aufgeklärter Araber ist. Das heißt, er hat immer zu eine Bierflasche dabei und trinkt immer zu Bier, damit keiner auf die Idee kommt, dass er ein strenger Muslim sein könnte. Die ganze Geschichte, randvoll mit solchen Geschichten von Abu Zaid in der Übersetzung von Sandra Richter erschienen in Nikolai Richters Mikrotextverlag, woanders als in Berlin beheimatet. Sandra Hetzel. Sandra Hetzel. Beinmal Richter. Nikola Richter ist die Verlegerin und Sandra Hetzel ist die Übersetzerin. So, wir haben noch Zeit für einen individuellen Buchtipp. Svenja Flasspöller, was haben Sie mitgebracht? Ja, also, ich habe mitgebracht von Andreas Bernhard Wir gingen raus und spielten Fußball. Und ich gebe zu, dass ich dieses Buch auch deshalb mitgebracht habe, weil als ich das Buch las, ich mich sehr erinnert gefühlt habe an meine Kindheit, und deshalb habe ich mich natürlich auch durch dieses Buch wieder so zurückversetzt gefühlt in diese Welt der Hartplätze, der Bolzplätze, des Tiptop und des Pisspot. Ich weiß nicht, ob Sie vertraut sind mit den Arten, wie man beim Fußball wählt. Je nachdem, manchmal tritt der oberste Fuß drauf und dann darf der wählen oder der untere. Pisspot war immer der obere Fuß. Ich komme aus Westfalen. auch diese Schilderung, wie man einen brennenden Durst hat und nichts zu trinken mit hat, weil man damals in den 80er Jahren noch nicht mit Flaschen ausgerüstet war, wie heute die Kinder. All das fand ich großartig geschildert. Aber es gibt noch etwas Größeres, was über den Fußball hinausgeht, nämlich, dass er von einer gnadenvollen Erfahrung erzählt, die in diesem Falle der Fußball ist, nämlich die gnadenvolle Erfahrung, dass man nicht nach dem Warum fragt. Überhaupt die Sinnfrage stellt sich nicht. Es geht darum, Fußball zu spielen. Und diese Perspektive, dass der Tag es mit sich bringen wird, dass ich Fußball spielen kann, das ist Sinnstiftung genug. Und das Schlimmste ist, ein Tag ohne Fußball oder ein Tag ohne Training, das ist die absolute Katastrophe. Er schildert aber auch sehr schön und gleichzeitig auch sehr einfühlsam, wie dieses Warum langsam ins Leben tritt, je älter man wird. Und wie am Ende der Fußball verschwindet aus dem Leben. Aber was bleibt, dass er uns daran erinnert an das Kind, was wir mal waren, als wir uns diese Frage noch nicht gestellt haben. Auf diese Weise sagt er gleichzeitig wofür es sich zu leben lohnt. Andreas Bernhardt Wir gingen raus und spielten Fußball. Erschienen bei Klett Kotter. Was haben Sie mitgebracht? Ich habe ein Sachbuch mitgebracht, Verlag erschienen von Helen Pluckrose und James Lindsay. Zynische Theorien. Im Untertitel erklärt schon, um was es geht. Wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt. Mich hat das Buch deswegen interessiert, weil ich selber in den 90er Jahren studiert habe und aufgewachsen bin mit der ganzen französischen Philosophie, dem Poststrukturalismus, das, was man Theorie nannte. Judith Butler gehörte wesentlicher kanonischer Text dazu. Und dieses ganze Denken, das mir damals sehr interessant, aber doch sehr akademisch elfenturmhaft erschien, das hat sich in mich überraschender Weise komplett gewissermaßen in unsere politische Wirklichkeit entäußert. Ist da Verwaltungshandeln geworden, die Konzerne haben das übernommen und das ist ein interessanter Vorgang und ich finde der ist bisher nicht aufgeklärt worden und namentlich nicht von den Leuten, die an den Universitäten sind, dass die mal erzählen, was ist da eigentlich passiert, was ist das für eine Genealogie. Das sind im Übrigen, das ist nur angemerkt, das sind alles Theorien, die früher ganz stark auf Differenz gesetzt haben und alle berufen sich heute darauf aber im Namen der Identität. Das ist auch eine ganz merkwürdige Metamorphose und dieser theoriegeschichtlichen Fragestellung gehen die beiden Autoren nach und deswegen ist es quasi Philosophie-Historie, die uns aber glaube ich sehr gut darüber aufklärt, woher die Gegenwart kommt, in der wir leben. Klingt sehr spannend. Insa Wilke, was haben Sie dabei? Ich habe ein Pixie-Buch für Erwachsene ohne Bilder dabei und zwar ist das eine Reihe im Verlagshaus Berlin, Edition Poeticon, kleine Essays von interessanten Leuten über Lust, über Schönheit, das Tier und ich habe diesen Essay mitgebracht von Lea Schneider Scham, der erste Satz heißt Scham ist der große Stillmacher und ich finde sehr bewundernswert, wie man auf wirklich wenigen Seiten, ich glaube tatsächlich denjenigen, die das lesen, ein Geschenk machen kann, weil wir alle Situationen der Beschämung kennen, nehme ich an, die einen Leben lang prägen können und Lea Schneider erklärt, was da passiert und gibt einem glaube ich die Möglichkeit, es ist außerdem ein kleines Büchlein, wenn man abends irgendwo eingeladen ist oder zum Geburtstag was schenkt und ein bisschen eine langweilige Sache da in der Hand hat, mit diesen kleinen Heftchen kann man es aufpeppen. Scham, Lea Scheider. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das an Thomas Bernhard erinnert, der im Februar 90 geworden wäre und von Harald Schmidt herausgegeben wurde, in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Das ist ein Satz aus dem Theatermacher von Thomas Bernhard, der Schauspieler Boscon sagt den da, während er dann eine Frittatensuppe löffelt. Und eine Frittatensuppe ist natürlich das, was wir Schwaben eine Flädlesuppe nennen. Und Harald Schmidt geht in diesem Buch der kulinarischen Welt von Thomas Bernhard nach. Der hat nämlich seine Bühnenfiguren und seine Romanfiguren auch durch das, was sie zu sich nehmen und von sich geben, natürlich charakterisiert. Und das ist ein großer Spaß. Alleine schon das Interview mit Klaus Peimann, der immer wieder zu Gast in den Immobilien von Thomas Bernhard war, wo es wunderbare Küchen gab, aber er bekam immer nur irgendwelches altes Schwarzbrot- und Schmelzkäse-Ecken vorgesetzt, weil das waren reine Schocküchen. Thomas Bernhard konnte nicht kochen und dachte gar nicht daran zu kochen. Er wollte sie nur besitzen. Also das ist ein wunderbares Buch, das eine Annäherung an diesen Autor ermöglicht und erlebt. Ich darf mich bedanken bei unserem Gast Svenja Flassböhler, bei Insa Wilke und bei Ichoma Mangold. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Guten Abend.